Das Katastrophenmanagement ist ganz zentral im Umgang mit Naturereignissen, mit Naturgefahren, mit Naturrisiken und mit den eingetretenen Naturkatastrophen. Dementsprechend ist dieser Thematik eine ganze Lektion gewidmet. Die Prävention und deren Einbettung im Katastrophenmanagementzyklus wurde in der vorherigen Lektion bereits erläutert. Jetzt fokussieren wir uns auf den Risiko-Governance-Ansatz, die gesellschaftlichen Aspekte im Katastrophenmanagement, auf verschiedene Katastrophenzyklen, sowie final auf einen Diskurs zum Vergleich des klassischen Risiko-Managements und dem Ansatz der Risiko-Governance. Das Lektionsbild zeigt eine ganz simple Maßnahme im Katastrophenmanagement, ein Schild, das vor Steinschlag und Felsstürzen warnt. So simpel das ist, so viele Schritte sind hier notwendig. Die Gefahren müssen zuerst lokalisiert werden. Es muss abgeschätzt werden, welche Größe der Naturprozess haben kann und wo er potenziell initiiert wird und welche Gebiete betroffen werden können. Es muss sich überlegt werden, wann man solch ein Schild aufstellt und wann man es wieder abbaut. Denn, wenn man solche Warnschilder zu lange stehen lässt, werden sie sehr bald nicht mehr beachtet. Und natürlich muss berücksichtigt werden, welche rechtlichen Konsequenzen sich für ein so ausgewiesenes Gebiet, zum Beispiel Baugebiet, oder Strecke, zum Beispiel eine Straße, ergeben. Man sieht, ein kleines Schild, das in viele Managementaspekte eingebettet ist. Mein Name ist Thomas Glade. Ich bin an der Universität Wien Professor für physische Geografie mit dem Schwerpunkt geomorphologische Systeme und Risikoforschung. Zusammen mit meiner Arbeitsgruppe Engage lehre und forsche ich über die natürlichen Prozesse, die auf unsere Erdoberfläche ablaufen und den Zusammenhang mit den Landschaftsformen und den Sedimenten. Weiterhin beschäftigen wir uns intensiv mit den gesellschaftlichen Komponenten, also wie die Menschen von diesen Naturgefahren real oder potenziell betroffen sind, wie wir aber auch durch unser Handeln in diese Naturgefahren eingreifen. Wir arbeiten also in der Reliefsphäre, die eine Schnittstelle zwischen der Atmosphäre, der Hydrosphäre, der Biosphäre, der Pedosphäre, der Lithosphäre und natürlich auch der Anthroposphäre darstellt. Diese unterschiedlichen Sphären wurden bereits in der ersten Lektion von meinem Kollegen Dr. Philipp Ma vorgestellt. Diese Lektion verfolgt folgende Ziele. Das Wissen um das grundlegende Risiko-Governance vermitteln. Das Kennen des Überblicks der wesentlichen Strategien und Modelle des Risiko- und Katastrophenmanagements. Das Vermitteln sozialwissenschaftlicher Grundlagen und das Aufzeigen sozialwissenschaftlicher Forschungsperspektiven auf das Risiko- und Katastrophenmanagement. Das Memorieren des Modells des integralen Risikokreislaufs und der Bedeutung und Aktivitäten der verschiedenen Phasen. Das Unterscheiden können zwischen klassischem Risiko-Management und Risiko-Governance-Prinzipien und den entsprechenden Strategien. Das Kennen der Terminologie und der Differenzierung in unterschiedliche Begrifflichkeiten, zum Beispiel Risiko, Vulnerabilität, Resilienz und der verschiedenen Akteure. Wie eingangs erwähnt, in der Lektion 4 wurde ja bereits grundlegend in das Katastrophenmanagement eingeführt und hinsichtlich der Prävention vertieft. Diese fünfte Lektion führt dezidiert in das Risiko-Governance-Konzept ein. Hierzu werde ich einige Theorien und Konzepte darlegen und anhand einiger Beispiele vertiefen. Es freut mich auch ganz besonders, dass einer der wissenschaftlichen Vorreiter, Prof. Dr. Stefan Greiving, der im deutschsprachigen Raum maßgeblich das Governance-Konzept aus der Raumplanung in die wissenschaftliche Risikodiskussion eingebracht hat, in einem Interview Rede und Antwort steht. Im Anschluss daran werden meine Kolleginnen, Prof. Dr. Dr. Kerstin Kellenberg und mein Kollege Dr. Gunnar Stange in Gesprächen mit Prof. Dr. Wolf-Dombrowski, Prof. Dr. Christian Kulicke und Prof. Dr. Martin Voss in die sozialwissenschaftlichen Grundlagen des Risiko- und Katastrophenmanagements einführen und verschiedene sozialwissenschaftliche Forschungsperspektiven aufzeigen. Zusätzlich gibt uns der Leiter der Wildbau- und Lawinen-Verbauung, Dr. Florian Rudolf-Micklau, Informationen zur Praxisrelevanz dieses Konzepts. Ich freue mich jetzt auf die gemeinsame Lektion. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020